Musik 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 Tyrox Oh mein Gott, was ist das? Das ist doch jetzt geil! Tyrox Wie macht die Alexa? Muuu Genie Eier Eier Was? Eier? Was? So Das hab ich Eier So So Das weg Eier Wer ist denn jetzt schon alles auf dem Server? Eier Warte Ich noch nicht, ich noch nicht Wir beide Gut, dann bitte mal schlafen gehen, damit wir die Nacht überspringen Ja Für mein Bett brauche ich noch drei Hasenfels Dann leg dich irgendwo anders hin Ja, ich geh einfach wieder in die Mitte Ja So, ich bin halt Mutanten Ja Aber ich bin hier mit Streichländen Hallo Hast du schon ein Bett? Natürlich Verdammte Hacker Der hat doch das letzte Mal der Clay mit drin gepennt Eier So Jetzt Ja gut Dafür das frage ich mal nicht Wenn du auf Mehrspieler gehst Wenn du auf Mehrspieler gehst Hast du links vier Optionen Ja Zum auswählen Die zweite musst du auswählen Dann wartest du bis er aktualisiert hat und dann steht das Server meist schon ganz oben Okay The Forest da Oh Gott, endlich So Ich bin jetzt erst Äh Erschienen Damit Weil Weil meine Weil meine Eltern Ja wir gehen dann Weil meine Eltern Ich habe Lowlife Ich habe keine Medizine Das andere was ich habe ist Die Kettensäge haben Powerdrink So So ist Tyrox was wolltest du sagen? Wenn meine Eltern mit der Alexa noch ein bisschen gespielt haben Die spielen einfach mit deiner Freundin? Hohohoho Boah Garmer Ja Äh Shit Mehrspieler Spiel beitreten Äh Internet Da So Eik Ja Eik Komm Let's go Können wir vielleicht Hast du Pfeile? Ich habe 30 Stück mehr nicht Oder können wir zu dem Spot wo die Pfeile gibt Oh scheiß Passport Also Cybot No? Ja Ähm Welches? Body auch hier dein Zaun fertig Nein Nein Was ist denn jetzt passiert? Cybot Ich habe gesagt ich baue meinen scheiß alleine Oh sorry ich bin schon weg Ist doch nur ein verdammter Zaun Jetzt habe ich da einen Zaun den ich nicht wegkriege Weißt du ob ich den Zaun noch lassen will? Nein Aber wenn du den schon so gemacht hast Oh mein Gott so realistisch Leute Aaaaaaaaah Aaaaaah Bitte frag Ja Bitte was war das grad Jetzt frag ich mich grade auch Tyvex bitte stell mich auf irgendeine Bilder was war das? Ich glaube, ich sollte langsamer verschw- auch sicher verschw- auch sicher verschw- Hallo, findest du Martin Zorberg? Dankeschön! Ui! Oh! Ui! Immer mach ich irgendwas falsch! Willst du nachfragen das nächste Mal bitte? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Hä? Wo? Geht man jetzt an? Och, konstruktiver! Du bist da cool! Och, nee! Was ist das? Ich hab auch ein Entschädigungsgeschenk für dich, Ike! Ey, davon hab ich... was? Wie viel? Vier Stück! Ich hab ein Entschädigungsgeschenk für dich! Brau ich nicht! Was machst du? Baust du dir hier oben einen Garten hin? Natürlich! Ich mach Selbstversorgung! Äh... Gut, da hinten fällt schon jemand Bäume! Äh? Juhu! Apropos... Ich sollte vielleicht mal was essen und trinken! So, ähm... Ja, sollte ich auch! So, trinken... ...und essen... Ich hab ein öffentliches Stocklager gemacht! Ich hab ein öffentliches Stocklager gemacht! Glaub ich nicht! Ein öffentliches Stocklager! Ja! Das merk ich mir! Hast du den Server gefunden jetzt? Ne, er findet es bei mir nicht! Auch wenn ich den Namen... Ich hab das gemacht... ...dass du wirklich... ...warte... ...ich schau... ...muss noch mal kurz schauen... ...wie du das noch mal gemacht hast... Weil... ...muss auch davon ausgehen... ...der sucht halt extremst viele Server! Ist sauber! Ja, ich will es! Du siehst nichts! Okay, Ike! Ich hab Gorni zu dir geguckt! Ist gut so! Ich... Ich warte halt mal kurz vielleicht! Brauchen wir kurz Zeit! So, ich brauch Schildkrötenpanzer! Ja! Ich brauch zwei! Ich brauch sogar zwei! Ich will einen Berg runterrutschen! Ich komm mit Ike mit, um eine Schildkröte zu klatschen! Da hab ich dir dann wenigstens den Schildkrötenpanzer schenken! Das kannst du machen! Aber da musst du nicht zweimal laufen! Ui, es fängt an zu gewittern! Daniela, ich will da nicht... Stimmt! Topf mitnehmen! Bauteile! Sooo, meine lieben Freunde! Einfach am Strand entlang! Ah, ich hab fünf Heiden! Oh, ich brauch wieder Snacks! Oh, hier ist ein Koffer! Oh, hier ist ein Koffer! Oh! Ein Snack! Ja, Kaiju! Hast du mich geändert? Ja, Kaiju! Hä? Dann kannst du vielleicht versuchen... Du kannst versuchen, bei Tabak beizutreten! Moment! Das müsste eigentlich klappen! Nee! Hast du schon eine Schildkröte gefunden? Nee, Nuria! Ich hab auch noch eine Schildkröte! Irgendwie hauen die Schweine vor mir ab! Bambi ist tot! Bambi ist nackig! What the fuck! Dann kann ich dich irgendwie einladen? Das müsste gehen! Also hier steht halt nur... Beziehungsweise wenn Sascha dich anklickt, müsste da stehen, ein Spiel beitreten! Äh, ich glaub, da müsste ich glaube das Spiel neu... Doch! Jetzt! Jetzt hab ich gefunden! Klapp dein! Klapp ihn! Na dann! Hast du... So, Sascha! Rea, du gehst in den Garten ran! Kann halt auch sein, dass es jetzt bei dir das erste Mal ist, dass du... Ja, allgemein nach Servern gesucht hast, dass es deswegen bis länger gedauert hat! Hm, stimmt! Ja, jetzt hab ich's ja! Mein Gott! Es regnet! Leute! Wo ist mein... Wo ist mein... Topf? Weg! Den hab ich dir geklaut! Jetzt ab! Ne, ich hab ihn jetzt auf dem Kopf, damit ich geschützt bin vom Regen! Danke! Weißt du, ich brauch Wasser und du nimmst ihn mir einfach weg! Oh, bei mir sind Schildkröten, die kommen an Landeig! Dann gehst du hier runter, wo der große Anker am Wasser ist, dort gibt's Töpfe und... 1, 2, 3... Legt mich doch fett! Bei mir sind auch Schildkröten gerade an Landeig gekommen! Tyrox, Tyrox, wieso bringst du die Affen mit?! Die wollten eh zu dir! Was?! Die wollten eh zu dir! Die sind wirklich... Hier, dort ist das Zelt, dort gibt's nen Topf! Jo, Eyck, ich hab Schildkröte gefunden, ne? Hmmmm... Schildkrötenfamilie! Der wollte den Schildkröten den Panzer nicht aufnehmen! Hast du schon einen aufgenommen? Denn wenn ja, du kannst noch einen aufgenommen! Oh, Leute, ich hab schon Arsch! Tatsächlich, ich hab einen aufgenommen! Boah, Tyrox, du bist so'n Arsch jetzt! Bleiben die echt bei mir?! Boah! Boah, das zahl ich dir ein, Dude! Ähm... Ei... Meine Hasen-Fang-Geräte sind immer noch leer! Willst du vielleicht Schildkröten haben? Ich komm grad in die Richtung, ne? Ich hab jetzt drei Stück! Oh, das gibt's! Äh... Okay! Okay, ich bin abgestört! Na ja, dann halt mal Ausschau nach dem Namen oder nach dem gelben Hammer! Und dann musst du einfach bloß noch in die Richtung laufen, dann bist du schon bei uns! Jep! Guck! Such deinen aus! Hehehe! Und nimm das Fleisch mit, was da liegt hinter dir! Wenn's geht! So, äh... Nee! Essen, meine... Essen, meine... Essen, meine... Jo, das geht voll klar! Was das anwacht... Wie, wie, wie kann ich das? Jo, Eyck, dann haben wir wenig genug! Boah, ey, leck mich am Vettel! Leck mich am Hintern, ey, das ist ja... Das dauert mir zu lange! Da renn ich dir wohl zu lange! Nein, schau mal, Eyck! 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 Ähm... Ich kann damit sprinten, mit dem Team! Eyck? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, wo rennt denn da Sascha hin? Auf jeden Fall nicht hin, die richtige Richtung! Sascha, du rennst voll in die falsche Richtung! Ja, wirklich? Ja, dann guck mal, wo unsere Namen sind! Ich steh grad am Flugzeug! Lauf einfach zu mir, ja! Ich bin genau drin! Vor allem, wenn man aus dem Flugzeug rauskommt, man sieht halt schon die Base! Sascha könnte dann, wenn er beim Flugzeug ist, eventuell diese... Ja, klar! Äh, Sascha! Hm? Ach ne, weiß nicht, ich schieb die jetzt einfach weiter! Ähm, dann vergrößere ich mal ganz kurz die Base hier hinten! Das heißt... Sascha kriegt ein Einzelzimmer! Cybot hat ja Lust, immer Holz zu farmen! Nein! Ich weichere mich! Oh, nein! Danke! Ich hab zwei Schildkrötenschalen mitgenommen! Hallo! Einmal so... Ike! Warte mal, ich zieh grad hier um Randungen! Okay, äh, wie heißt das? Wo ist dein Haus? Ach so, Ike, wie mach ich mir eigentlich einen Speer, wenn ich mal fragen darf? Zwei Stöcke zusammencraften! Kommt mir hier rein! Wer ist gekommen? Hallo! Ich weiß nicht, wie jemand gekommen ist! Was hat das Speer? Hm? Vor deiner Treppe... ...liegt... ...ne Schildkröten! Komm, gleich guck mal! Und zwei Stoff! Ich muss erst mal oben das Stück fertig wollen, bevor ich die Öffnung kann! Der geöffnete Wasser! Darf ich, ähm, die eine Schildkrötenschale von mir rein tun? Alkohol und Stoff! Hehehe! Ha! Von wo? Von unten! Scheiß Hacker! Krass! Scheiß Hacker! Ich hab noch eine! Doch! Na dann bau das doch bei dir auf! Das ist doch gefiltertes sauberes Wasser! Gute Idee! Was sie wollen! Was sie wollen! Ich hab mir grad die Knochen gebrochen! Alles klar! Oh, Mark! Äh, Tyrox? Alles gut bei dir? Alexa! Wie macht die Kuh? Geht los! Ich baue mir jetzt die Eins vor meiner Hütte! Ach, schön! Achja, ich mag Alexa, ja! Die ist super! Ja, hab mich viel verpasst, oder so? Melvin, ich habe die Mauererweiterung schon gezogen. Okay. Sprich, wir dürfen jetzt holzfahmen. Yay! Ja, wobei, wir haben... Ne, warte mal, das könnte... Das könnte man eigentlich wieder abmachen. Wir haben hier hinten noch mehr als genug Platz. Oder was sagst du, Melvin? Hier so zwischen dir und Tile Rocks, ist es nur da, wo Cybert jetzt rumspringt. Du meinst hier beim See, richtig? Ja, da passt locker noch ein Haus an, wenn er nicht übertrieben krank groß baut. Das kommt halt drauf an. So, wir haben noch Platz für andere Sachen. Ja, was willst du denn? Ja, den Turm können wir da hinten... Wenn wir das Rezept vom Turm haben, können wir den ja gerne da hinten bei dem coolen Baum machen. Ja, den Turm... Ich koch mal kurz Wasser ab. Wo ist unser Lagerfeuer? Apropos, ähm... Hallo? Hallo? Rike? Ja? Wie geht das mit dem Wasser abkochen? Du brauchst einen Topf. Ja. Und dann machst du ein Lagerfeuer an und dann kannst du da den Topf drauf stellen. Mit See. Okay. Aber erst musst du... Weißt du, wie ich das mache? Am Wasser wird dir auch dieses Lippensymbol manchmal angezeigt, ne? Was? Wenn dir das angezeigt wird, also, dass du trinken kannst halt. Aus dem... See. Hier bei uns. Ja. Nein, das wird mir gar nichts an... Äh, doch. Wenn du Durst hast, gehst du an den Rand vom See und dann wird dir, äh, ein Symbol angezeigt mit zwei Lippen, das du trinken kannst. Aber, mach's einfach einfach, äh, hol dir ein Schildkrötenpanzer und baue dir ein Wasseraufwandgerät. Trotzdem, das reicht nicht immer aus. Doch. Das reicht alles. Wenn du das sagst. Ja. Sag, den hab ich jetzt da drinnen, ja. Und, möchtest du irgendwann auch rumführen? So. Also, das ist mein Haus und das war's. Oh, ich steig. Komm mal rein, oder? Kannst du machen, Tür ist offen. Da oben ist mein Haus. Nee, du kommst in mein Haus und bist du tot. Aber teile auf seinen Hälte. Okay. Uuuuui. Komm einfach mal rein. Ja, ja, komm rein. Krieg die Brühe. So. Ui. Ganz nett, Jun. Naja, und bin ich halt noch nie fertig. Ich baue es mir hier oben. Oh, was ich mache. Alkohol, 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 oh, oh. Du brauchst zum Beispiel. Du weißt, Glück hier auch. Essen. Nee, wohl nicht. Und Heilpflanzen, dass ich Heilmedizin machen kann. So. Komm her. Ja, komm. Ey, beruhig dich. Wofür hab ich schon? Ja. Beruhig dich, Alter. Schimm mal deine Base. Mal schauen, woher wo. Also. Schimm mal deine Base. Okay, diese Bären sind auf jeden Fall giftig. Toll, wieso mache ich das, wenn das hier geht? Dies ist eine gute Frage. Einfach mal 20 Städte geklaut. Und jo, hallo. Das weiß keiner. Ohi, mein Busch ist fertig gewachsen. Wie? Ja. Das ist dein fucking Ernst. Das ist dein fucking Ernst. Ah, ich brenne. Leute. Ey, es sind Tyrex brennen. Die Hexe verbrennt. Ja. Go, Eyck, brauchst du noch Heidelbeer-Strauchsamen? Wir können ja saufen, ne? Ich werde dir noch Samen antreten. Erst trägst dein Busch und jetzt trägt er dir noch Samen. Alter. Echt, das ist, äh, weird. Äh, 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 ich weiß gerade gar nicht. Apropos Samen, ich muss, ich muss, ich muss mir kurz was zu trinken holen. Äh, Tyrox, alles klar. Fuck, 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 fuck. Hier, Cybert? Was? Was ist denn mit deinem Stocklager los? Wieso? Ist das ein fucking Ernst? Das ist alle. Ja, Cybert, du musst halt auch mal ein bisschen mitdenken. So, danke für das Wasser auf dem Feuer. Lass niemals irgendwas alleine stehen. Ich hab, ich hab meinen Topf in der Hand. Ich meine auch ein, äh, hier Dings, Tyrox noch. Warum hab ich, oh mir fehlt, ah, 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 okay, gut, jetzt, ja. Äh, gut. Hab ich noch Dynamit? Nee, natürlich nicht. Der Baum hier bleibt stehen. Wo sind Schildkröten? Ich möchte jetzt ein Schildkröten tragen. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Wofür? Für ein Haus? Komm, wir jetzt in die Höhle. Ja, mal mit der Ruhe. Lass erstmal Sascha wenigstens einen Platz suchen, wo er sein Haus baut. Eben. Okay. Oder Eilerschutz. Ex, now, dre, für ein Hasen. Für noch 8. Wie viel Hasenfäller hast du eigentlich? Oh, ihr gibt Topf 1. Ich brauch die aber selber, weil ich noch nicht fertig bin mit Craft. Du musst nur aufpassen, dass du halt die Tore nicht zubaust. Ich muss mal kurz neu starten. Ja. Hat doch immer Sinn. Du kannst auch mit dich bauen, also es ist alles kein Problem hier. Ich besuche jetzt ein Ei. Du hast aber ein schönes Bild. Oh, danke. Du kannst das Fundament selber bauen, so wie Tidox das hat. So hochstehend. Nein, ich darf in den Hadi besser anfangen. Ich muss erst mal gucken, weißt du? Nein. Mach dir doch ein eigenes Feld, Cybert. Da musst du nicht immer... Hab ich schon ein kleines. Aber nicht bei meiner Hütte. Wer sagt denn, dass meine Felder für euch sind? Das habe ich mir schon fast gedacht. Willst du mir jetzt sagen, dass ich mir eins in der Hütte bauen muss, oder was? Nö. Sorry, ich bin immer kurz weg. Okay. Ich baue mir doch auch ein Flachdach. Ist effektiver. So, also der Baum bleibt stehen, da baue ich jetzt extra eine Fackel davor. Welcher Baum? Du kannst ja auch ein Baumhaus bauen, Sascha. Du musst halt nur so einen großen Baum finden, wo das Baumhaus dran passt. Am besten das eigene Dach machen und einfach so flach lassen, richtig? Egal. Nee, das ist Fußboden, was ich hier als Dach habe. Habt ihr im Innenbereich noch Fußboden? Das eigene Fundament? Äh, warte. So, hier ist ne. Ein eigener Boden ist das, was ich drinne habe, als Dach. Direkt neben, eigenes Fundament. Irgendwas zu essen für mich? Achso, loi. Äh, komm her, hier drinne. Danke für die Info, Eik. Jetzt brauche ich noch 28. 27 Stämme. Äh, 27 Stämme. Und das mit der Lochsäge klappt endlich wieder, oder? Du guckst den Hasen an und hältst E gedrückt. Eik, klappt diese Lochsäge wieder? Äh, nein. Weil halt Gebäudeschaden aus ist. Dankeschön. Und wie machst du, hast du das dann gemacht? Indem ich eure Fehler ausgebessert hatte. Da hab ich mir halt dann das Loch im Dach gemacht. Sprich, ich muss jetzt außen, drau, außen ne Tür machen. Äh, ne Treppe, meine ich. Ja. Ich hab ein Hieschen, das kommt auf mein Dach. Das ist gemein. Ich fang mit der Hasenpümperei an. Was? Nix. 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 Nix.